Es geht jetzt hier um die Himmelskönigin, das vierte Dogma. Um einfach mal den Bogen zu spannen durch die Mariendogmel und die Marienverehrung, was darin alles so vorkommt. Das ist sowieso nur ein Bruchteil, aber ich habe so das Wichtigste rausgesucht. Und wie das eben im Kulturraum des Materiarchats verankert ist und wie es in der Bibel verankert ist und wie es in der Dogmatik verankert ist. Das sind ja nun drei sehr unterschiedliche Bereiche, aber irgendwo lassen die sich dann doch mal wieder zusammenbringen. Und an den Punkten gucken wir. Also das erste Dogma ist die Gottesgebärerin, ich glaube 431. Und zwar ist es von einem Kyrill von Alexandrien, der den Titel von der ISIS übernommen hat. Eindeutig. Hat er auch gesagt. Und darum sind viele dagegen gewesen. Weil die sagen, das kommt aus dem Heidentum und so weiter. Aber das Volk von Ephesus, das war begeistert. Und dann kam das Dogma von der ewigen Jungfrau. Dann kam das Dogma von der unbefleckten Empfängnis, was wir hier haben. Und dann das letzte Dogma eben, das war 1950 erst. Und da haben die Evangelischen gesagt, null ist ganz kaputt. Nun gibt es keine Ökumene mehr. Das ist ja mit. Und dann warten Sie noch, die haben noch das fünfte Dogma in der Schublade, nämlich die Mediatriz. Die Vermittlerin zwischen Gott und Mensch. Aber das ist ja für die Protestanten Jesus, der Vermittler. Und wenn die jetzt da die Maria auch noch mit reintun. Und deswegen, weil es deswegen nicht gekommen ist, das Dogma, aber das sollten wir Schublade liegen. Aber wie gesagt, jetzt kommt das Letzte, die Himmelskönigin. Und ich meine, das ist natürlich am allerdeutlichsten, dass das mit den alten Göttinnen zusammenhängt. Ja, aber ich habe euch jetzt mal mein Lieblingsbild erst mal gezeigt, aus dem christlichen Raum. Ich finde das so wunderschön. Ich kann gar nicht sagen, wie und wieso. Und das kommt, glaube ich, aus dem Trierer Münster. Ich weiß nicht, ob die Kirche Münster heißt oder anders. Vor Jahrzehnten war ich da mal mit einer Freundin und ihrer Tochter. Und die Tochter war damals 19, war so ein bisschen aufmüpfig und so. Und das war ja die Zeit, was weiß ich, 80er Jahre, Feminismus und so. Ha, sagt sie, wenn ich das schon sehe, dieser demütige Blick nach unten gerichtet. Schrecklich. Und ich habe gesagt, wieso, sage ich. Ich sehe das, die hat doch keinen demütigen Blick. Sie wirkt auf mich majestätisch, ganz in sich gegründet. Sie schaut nach innen. Und ich sage, und die Möller müssen ihr die Krone aufsetzen. Die müssen ihr die Macht zurückgeben, die sie ihr vorher geklaut haben. Und dann guckt sie mich an. Ach, so kann man das auch sehen. Und die hat von da an eine Kehrtwendung gemacht. Und die Mutter war mir ewig dankbar. Aber ich meine, das kam einfach so, weil sie das gesagt hat. Ich wollte sie nicht bekehren oder irgendwas. Und seitdem hat sie sich dann für dieses Thema ganz anders interessiert. Und hat nicht so diese alten feministischen Sprüche gedroschen. Ja? Die ja auch von ihr angenommen waren. Wieso guckt die demütig? Weil sie den Blick nach unten gerichtet hat? Das heißt doch nicht automatisch demütig. Die sagt, guck dir mal das ganze Bild an, was das sagt. Und nicht nur den einen Blick nach unten gerichtet. Dann sieht es über sich die Ruach. Und Gott Vater und Gott Sohn sind sich einig, das Mädchen muss die Macht zurückkriegen. Ja? Ich meine, kann ja alles gedeutet werden. Aber ich finde, es ist das Schönste, weil der El Greco hat dasselbe Motiv auch gemalt. Und das finde ich dagegen ganz hässlich. So, dann gibt es dieses. Ja. In dem anderen Bild ist es ja so, Maria ist unten. Die beiden Männer sind über ihr. Und die Taube, die sie verbraten. Hier aber sitzen sie nebeneinander auf demselben Thron. Das heißt, es ist eine Gleichstellung Marias mit Jesus. Und er gibt ihr von seiner Macht, krönt sie, er hat die Chronischen auch. Und da hat die Kirche gegen dieses Bild gewettert. Hat das aus der Kirche rausgeschmissen. Meister Bertram steht ja. Und da, finde ich, guckt sich die Demütiger. Irgendwie, weiß ich nicht. Ich mochte das Bild eigentlich nie besonders gerne. Aber eben dieser Gedanke, der gleichberechtigt wird. Auf einem und demselben Thron sitzend. Ja? Das fand ich eben doch ganz interessant. Dann natürlich das Urbild der kosmischen Göttin ist die Mut. Ja? Ihr Leib bildet den kosmischen Göttin. Und ich fand das auch so schön nachvollziehbar. Das ist ja der Unterschied, dass in diesen alten Religionen eine Weltanschauung war. Sie sahen die Welt. Und sie sahen, die Sonne geht hier unter und woanders wieder auf. Ja, wie kann das denn sein? Wie kommt die denn? Ja, die muss irgendwie. Und das eigentlich ist noch nach unten dieselbe Gestalt nochmal gemalt. Sodass es praktisch einen runden Kosmos ergibt, ja? Das ist ein Erklärungsversuch für ein kosmisches Phänomen. Und der Erklärungsversuch war ja logisch. Sie gebiert jeden Morgen die Sonne. Und die wandert am Himmelsfeld. Und das ist ja ihr Körper. Die wandert durch ihren Körper. So? Und wird dann am Abend wieder verschluckt. Und dann wandert sie irgendwie zurück. Und dann kann sie wiedergebunden. Das war eine vernünftige Erklärung. Aber es ist ja kein Dogma. Das ist eine Anschauung. Ich sehe das so und ich verstehe das so. In meinem jeweiligen Wissenshorizont. Ja? Und die Sterne waren alles ihre Kinder. Ja? So. Und sie berührt mit den Fingerspitzen die Erde. Und sie steht auch auf der Erde. Das ist ja genau, wie wir den Horizont auch sehen. Der Horizont stößt an die Erde für uns heran. Ja? Und darum berührt sie den mit Füßen und mit Fingern. Ja? Und ich finde es nebenbei ein unheimlich schönes Bild. Und dann in ihr. Und das ist jetzt die, haben Sie gleich mitgemacht, die soziale Ordnung. Ja? Das kann man alles noch erklären. Aber das könnte ich jetzt gar nicht. Aber das ist erklärbar, welche Gesellschaftsschichten da angesprochen werden. Welche Berufe, welche Positionen die haben und so. Und darum ist es ja so, dass das, was hier die kosmische Ordnung darstellt, ist Mut. Das heißt ja später abstrahiert Maat als kosmische Ordnung. Ja? Und Maat wird in einer Feder dargestellt. Und eine Feder hat hier das Wesen, dass sie nur wirklich funktioniert, wenn diese Ordnung in der Feder, wenn man die Feder durcheinander bringen kann, die Vögel nicht fliegen. Und das war ja schon eine Beobachtung. Und der Pharao, der hat die Aufgabe, die kosmische Ordnung in eine soziale Ordnung umzuwandeln. Und damit, weil ja Himmel und Erde sollen sich entsprechen, also muss er die kosmischen Gesetze, die er vermittelt bekommt oder selber sieht, ja. Man sagt ja auch, dass die Pyramiden waren ja letztlich Sternwarten. Da waren ja überall Ausblicke und den Kosmos zu beobachten. Das galt immer als die höchste Wissenschaft, weil ja eben auch die drei Weisen aus dem Morgenland. Und der Pharao musste, wenn er ins Jenseits ging und der Maat begegnete, musste er ihr Rechenschaft ablegen. Und er musste jeden Abend sagen können, heute habe ich Maat verwirklicht. Das heißt, er musste sich erforschen. Er durfte nicht dagegen verstoßen. Und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht deswegen Ägypten so lange gehalten hat, als ein, es war ja dann schon ein patriarchales System, nur es hatte ja Vorläufer. Vor der ersten Dynastie hatte ja Ägypten eine lange matriarchale Geschichte. Und es ist auch interessant, da wo die Matriarchate wahnsinnig Hochkulturen erwachsen. Die kommen ja nicht aus dem Nichts. Da muss ja jahrhundertelange, jahrtausendlange Vorarbeit gewesen sein, dass die Menschen fähig waren, eine Hochkultur zu entwickeln. Und es war ja immer so, dass die auch alle noch durchdrungen waren vom matriarchalen Weltbild. Das war ja nicht von heute auf gleich weg. So heute noch nicht mehr richtig weg. Ja, es ist immer noch was da. Und es ist halt eben unsere Aufgabe, das wieder zu finden, zu suchen und diese Ordnung wieder herzustellen. So, also, es bedarf keines weiteren Beweises, dass das nun wirklich Vorläufe hat, dieses Dogma. Und nur, dass die Kirche daraus macht, Maria ist leiblich in den Himmel aufgefahren. Leiblich. Also ich meine, dann wird es schon lächerlich. Warum? Weil es eine leibliche Auferstehung Jesu gibt. Dogmen haben sowieso immer die Tendenz, alles, dass Maria nachämpfen muss, was Jesus gemacht hat. Oder was von Jesus berichtet wird. Sagen wir mal so. Ja, aber ich meine, ich will mich eigentlich um das Dogma nicht allzu sehr kümmern und den ganzen Werdegang des Dogmas. Das würde ich jetzt zu weit führen, das habe ich exemplarisch an einem Forum-Dogma gemacht. Da gibt es eben viel spannendere Sachen. Was wir feststellen können ist, offenbar kam der männliche Himmel nicht ohne das Weibliche aus. Es bedurfte der Aufnahme Mariens in den Himmel. Dass sie nicht die Göttin ist, die sie mal war, ist klar. Aber dass eine Kirche eingestehen muss, dass die Männerwirtschaft da oben nicht richtig funktioniert, wenn da keine Frau hinkommt. Ich sage das jetzt mal so platt. Das ist ja die Quintessenz. Sie hätte ja auf der Erde bleiben können. Und warum muss sie leiblich aufgenommen werden? Wie soll man sich irgendwas vorstellen? Kann man sich gar nichts vorstellen? Die Analogie, die die Kirche sieht, und darauf möchte ich noch ein bisschen eingehen, das ist die Apokalypse 12. Und Maria wird mit diesem Himmelsweib in der Apokalypse 12 identifiziert. Und wenn wir uns das jetzt mal angucken, was da passiert, dann kann man sagen, das ist alles genau das Gegenstück zu dem, was bei Maria Geburt passiert ist. Also eben, wie wir das schon mit Eva und Maria gesehen haben. Und da will ich euch aber jetzt, damit ihr wisst, wovon ich rede, einfach dieses Kapitel 12 vorlesen. Das kann man einfach nicht nacherzählen, weil es einfach auch um Einzelheiten geht. Man weiß, dass dieses Kapitel ein Einschub ist. Also diese Johannes-Offenbarung, die wird ja dem jünger Johannes unterstellt. Aber ich meine, es ist heute akzeptiert, dass der das mit Sicherheit nicht geschrieben hat. Also ich will das nicht entscheiden, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, es wird hier biblisch gesehen dem Lieblingsjünger Jesu unterstellt, dass er als Seher auf der Insel Patmos, wo er ja wohl nachweislich Gefangener war, im Gefängnis saß. Und dass er dort in Patmos, wo er ja auch die Maria wohl mit hingenommen hat, der Junge hat Maria in sein Haus genommen, weil Jesus ja diese Muttersohnschaft wiederhergestellt hat unter dem Kreuz, siehe, das ist deine Mutter und siehe, das ist dein Sohn und so, dass er dort im Gefängnis, das war jetzt nicht ein Knast wie heute, denn so irgendwo in der Höhle war er da eingesperrt, ja, dass er da diese Vision gehabt haben soll. Aber es ist mir völlig egal, wer diese Vision hatte. Für mich gehören sie in die Sibyllinischen Orakel, ja, denn diese Seherinnen haben ja durch Jahrhunderte aufgeschrieben, was sie für Visionen hatten. Und ihr könnt ja mal selber urteilen. Ich weiß jetzt nicht, kennt ihr diesen Text? Der Apokalypse 12 ist kaum bekannt, wird auch kaum irgendwie in der Kirche bewehrt oder zum Inhalt einer Predigt gemacht. Also ich habe sowas noch nicht gehört und ich meine, es ist vielleicht auch gut so. Aber es ist da so viel destruktives Denken auch drin. Oder wenn ich mir als Vision vorstelle, eine komische Stadt, Jerusalem kommt vom Himmel als gläserne Stadt, ja, ohne, also, abartig. Ich denke dann immer an die der Architektur, die ja, ja, also ganz, ganz komisch. Aber wie gesagt, die ganze Apokalyptik können wir gar nicht angucken. Es geht nur um diesen Einschub, von dem man nicht weiß, woher er kommt. Auf jeden Fall passt er überhaupt nicht in den Verlauf dieser Visionen. Und man weiß, genau wie 1. Korinther 13, was ja dem Paulus unterstellt wird, was der nie geschrieben hat, hat jemand anders. Und da kann man auch genau feststellen, dass 13 ein Einschub ist und 12 und 14 zusammengehören. Ja, dann wird man das kontinuierlich lesen können. Und genauso ist es hier ein Einschub. Und der Tempel Gottes im Himmel wurde aufgetan und die Lade seines Bundes wurde in seinem Tempel sichtbar. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und Erdbeben und ein großer Hagel. Und es erschien ein großes Zeichen im Himmel. Eine Frau mit der Sonne bekleidet und dem Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone mit zwölf Sternen. Und sie war schwanger und schrie in Kindsnöten und hatte große Qual bei der Geburt. In der Bibel wird ja die Geburt überhaupt nicht wirklich thematisiert. Aber hier wird wirklich die Geburt mit Schreien und mit allem thematisiert. Wir sehen ja nur immer das Kind in der Krippe und es steht drunter die Geburt Jesu. Nee, die war ja schon vorbei. Aber es gibt keine Geburt in dem Sinne. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel. Und siehe, ein großer roter Drache, der hatte sieben Häupter und zehn Hörner und auf seinen Häuptern sieben Kronen. Also immer die Zahl zwölf und sieben. Und sein Schwanz fegte den dritten Teil der Sterne des Himmels hinweg und warf sie auf die Erde. Und der Drache trat vor die Frau, die gebären sollte. Also jetzt sind wir doch wieder weiter zurückgegangen. Erst hat sie schon unterscheiden, hat sie geboren, aber jetzt sollte sie gebären. Damit er, wenn sie geboren hätte, ihr Kind fräße. Ja, und ich meine, wenn ich das jetzt angucke, symbolisch ist genau das geschehen. Der Jesus ist aufgefressen worden von Patricia. Kann man ja so sagen. Und sie gebar einen Sohn, einen Knaben, der alle Völker weiden sollte. Mit eisernen Stab. Also nicht mehr der Lammfräume Jesus, der predigt und so, sondern hier massiv martialisch. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Während Jesus, der hier auf die Erde kam, immer genau das Gegenteil. Und die Frau entfloh in die Wüste, wo sie einen Ort hatte, bereitet von Gott, dass sie dort ernährt werde, 1260 Tage. Dreieinhalb Jahre. Diese 1260 Tage kommen im Daniel-Buch vor. Und es entbrannte ein Kampf im Himmel. Michael, Michael ist komischerweise der Schutzgott der Juden und der Deutschen. Daher kommt der Hamburger Michel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel und er siegte nicht. Also weil die Engel kämpften, siegte der Drache nicht. Und ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel. Und es wurde hinausgeworfen der große Drache, die alte Schlange, die da heißt, Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dahingeworfen. Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel. Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus. Denn der Verkläger unserer Brüder und Schwestern ist gestürzt, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Darum freut euch, ihr Himmel, und die darin wohnen. Wehe aber der Erde und dem Meer, denn der Teufel kam zu euch hinab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die den Knaben geboren hatte. Und es wurden der Frau gegeben, die zwei Flügel des großen Adlers, dass sie in die Wüste flüge, an ihren Ort, wo sie ernährt werden sollte, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Also wieder diese dreieinhalb Jahre. Fern von dem Angesicht der Schlange. Und die Schlange stieß aus ihrem Drachen Wasser aus, wie einen Strom hinter der Frau her, damit er sie fortreiße. Aber die Erde half der Frau und tat ihren Mund auf und verschlang den Strom, den der Drache ausstieß, aus seinem Rachen. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht, die Gottesgebote halten und haben das Zeugnis Jesu. Und dann kommt jetzt wieder was, da weiß ich gar nicht, ob das noch dazugehört. Und er trat an den Strand des Meeres und ich sah ein Tier aus dem Meer heraufsteigen. Das hatte zehn Hörner und sieben Häupter und auf seinen Hörnern zehn Kronen. Das ist wieder wie Egen. Und lästerliche Namen. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther. Und seine Füße wie Bärenfüße, sondern Rachen wie Löwenrachen. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Und ich sah eines seiner Häupter, als wäre es tödlich verwundet. Und jetzt wird von diesem Tier weitergesprochen, aber irgendwie löst es sich nicht aus. Und dann heißt es zum Schluss, hier ist Weisheit. Wer Verstand hat, der überlege, die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen. Und die Zahl ist 666. Und diese Zahl ist das World Wide Web. Das hat ja, wenn man die Buchstaben in Zahlen, das ist der sechste Buchstabe. Und das macht man ja in der Kabbalah, dass man, dass auch im Hebräischen schon jede Zahl gleich ein Buchstabe ist. Ja, es gibt keine getrennten Zahlen und Buchstaben. Und wenn man das nimmt, dann ist es das Schwa und das ist das sechste Zeichen und das ist W, W, W. Naja, aber ich meine, ich kann mir durchaus vorstellen, dass sich dieses World Wide Web noch mal wirklich von seiner teuflischen Zeichte zeigt. Wenn ich denke, was damit alles möglich ist und welche Kontrolle, also warten wir ab. Ich kann es ja nicht behaupten, aber manchmal kommt mir schon der Gedanke, das ist wirklich teuflisch, was da alles passiert. Und was mit uns geschehen kann an Überwachung, an Gewalt, an Mobbing, an Diffamierung. Also ihr kennt ja all die Sachen an Betrug, an Darknet, Kriminalität, sexueller Missbrauch und Pornografie, was es alles ist. Ja, aber es geht mir auch um noch was. Es wird immer wieder kaschiert, wer diese Systeme steuert, wer sie geschaffen hat und wer von ihnen profitiert. Und es ist nicht die weibliche Welt. Warum der Menschland? Ich glaube, der beste Beginn der Heilung wäre, wenn wir alles so benennen würden, wie es geschieht. Wenn wir benennen würden, wer die Täter sind, die wahren Täter. Denn es sind wieder Frauen, die versuchen, den Planeten zu retten. Mit entzückenden, süßen kleinen Sachen, alles ja, nett und gut. Nur wir gucken nicht genau hin, wer sind die Täter. Und egal jetzt auf welcher Ebene, ob World Wide Web, da haben wir auch alles nur Männer, Silicon Valley und so weiter. Oder ob das die Industrie ist oder ob das die sind, die die ganzen Urwälder roben. Oder Nestle, die da das Wasser rausholen und verkaufen. Also, ich komme jetzt zurück zur Himmelskönigin. Man ist sich darüber einig, dass diese sogenannte Sonnenweib-Episode ein Fremdkörper im Fluss der Visionen ist. Und dieses Gefühl von Fremdheit, das mit dem Auftreten der Himmelskönigin einhergeht, erscheint mir auf dem gültigen Boden des patriarchalen Bewusstseins nur allzu verständlich. Es gibt keine theologisch einsichtigen Gründe dafür, dass die in Bewusstsein des jüdischen Volkes in Ägypten Raum gewinnende Himmelskönigin im Alten Testament als schärfste Konkurrentin Gottes aufgefasst und ihre Verehrung von Jeremia, dem Mund Gottes, als Abfall von diesen aufs Schärfste verdammt wird. Ja, also wir haben das oft gelesen, wenn ihr mal guckt, Jeremia 7 und Jeremia 44, da beschreibt der Jeremia den Kult der Himmelskönigin. Die Kinder sammeln Holz, die Väter machen ein Feuer und die Frauen kneten den Teich und backen Gebäck für die Himmelskönigin. Und das ist unser Adventsgebäck. Wenn die Mut jetzt wäre, Sonne, Mond und Sterne, was wir jedes Jahr Weihnachten machen. Und dieses Gebäck wurde der Himmelskönigin geopfert. Und das verdammt der Jeremia, und wenn ihr mal Jeremia 44 anguckt, Vers 15 bis 19, in übelster Weise, die werden alle ausgerottet werden und die Achten will sich rächen und so weiter. Der ganzen Bibel gilt der Kampf gegen diese Himmelskönigin. Und nun kommt diese auf einmal auf die Erde, wird auch noch mit Maria identifiziert, die eben als Himmelsgöttin verehrt wird. Also ich finde das unheimlich spannend, was sich da zusammenbraut, wenn man das so im Kontext sieht. Also während nunmehr am Ende des Neuen Testaments diese selbe Himmelskönigin wahrhaft in letzter Minute vor der Vernichtung der Menschheit auf der Bildfläche der Patriarchatsgeschichte sozusagen als rettendes Element erscheint. Und das ist so spannend, was da psychologisch abgeht und aus welcher Bewusstseinsquelle oder aus welchem Unbewussten oder Urtypen oder Urarchetypen, was immer, geschöpft wird. Was männlich-theologisches Denken und Wünschen in Jahrhunderte während der unermüdlichen Vernichtungsarbeit aus dem Wege geräumt hat, bricht sich hier urplötzlich Bahn und dringt in die Heilige Schrift ein. Es handelt sich hierbei in der Tat um Symbole, mit denen seit uralten Zeiten in den Religionen der alten Welt weithin die Erscheinung einer Göttin der Himmelskönigin beschrieben wird. Und das schreibt ihm der Theologe Wilkins. Das kann auch in der Theologie nicht geleugnet werden. Eine befriedigende Erklärung gibt es dafür, für ihren plötzlichen Auftritt jedoch nicht. Wenn auch vielfach von heidnischen Einflüssen die Rede ist und auch Luther noch zweifelte, ob es sich bei diesem Visionsstück wirklich um christliche Überlieferung handelt, was ja gar nicht sein muss, so hat dieser Text dennoch Eingang gefunden in den neutestamentlichen Kanon. Das ist ja dann das zweite Wunder. Und wurde zudem noch dem Lieblingsjünger Jesu zugeschrieben, von dessen Urheberschaft die offizielle Theologie allerdings nicht überzeugt ist. Hier müssen also demnach Kräfte am Werk sein, die nur außerhalb des patriarchalen Vorstellungsrahmen und damit auch außerhalb der Theologie beheimatet sein können. Kann nicht innertheologisch, innerchristlich, geht gar nicht. Von denen ich allerdings nicht sicher bin, ob sie mit den heutigen Begriffen psychisch oder auch unbewusst hinreichend beschrieben sind. Lassen wir das mal offen. Vielmehr stellt sich die Frage, ob nicht in diesem großen Zeichen, wie es heißt, dem schwangeren Weib, bekleidet mit der Sonne und dem Mond unter ihren Füßen, sowie einer Sternenkrone auf dem Haupt, deren Kind vom Drachen verschlungen werden soll, nicht letztlich um mehr handelt, als nur ein komplementäres Bild zu der einseitig männlichen Christusgestalt des Visionärs und mit ihm der Christenheit. Als solche ist höchstens ihr Sohn anzusehen, von dem es hier heißt, der die Heiden mit eiserem Stab regieren soll und für C.G. Jung jenen Schatten darstellt, den das Bild des liebenden, barmherzigen, nicht richtenden Jesus im Unbewussten seiner Anhänger wirft. Im Unbewussten seiner Anhänger deswegen, weil sie es nicht in ihr eigenes Bewusstsein integriert haben. Sie haben das ja nicht verwirklicht, was Jesus vorgelegt hat. Es wurde verdrängt und nun wirkt es im Unbewussten und konstelliert genau das Gegenteil. Das ist nun mal die Art, wie die Psyche arbeitet. Die psychologische Interpretation, die Jung im Hinblick auf das Sonnenwald gibt, könne nur recht vage sein, denn wie er selbst schreibt, gehört es doch einer anderen, zukünftigen Welt an. Und dennoch ist festzuhalten, dass für Jung die Erscheinung des kosmischen Weiblichen Ausdruck jener Wahrheit ist, dass das göttliche Unwesen männliches und weibliches umfasst. Eine schon prähistorische Erkenntnis. C.G. Jung, Seite 495 im Band 11 seiner Psychologie der Religion oder irgend sowas, hinter der die meisten Theologen noch weit zurück sind. In der katholischen Theologie wird das apokalyptische Sonnenwald mit Maria gleichgestellt und so aus dem Bereich des Göttlichen ausgeklammert. Weil sie sagen, auch als Himmelskönigin ist sie nur Mensch. Es ist so widersinnig, ja, und das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber weil ihre Dogmen und Lehrsätze ja wirklich nur an der Erhaltung ihrer degmatischen Vorstellung interessiert sind und an ihrem Machterhalt und nicht an der Wahrheit. Denn hier steht fest, Maria ist nur Mensch. Wenn sie auf jedem anderen Menschen die Vervollkommnung voraus hat, da Gott mit ihr bereits in sein Ziel angelangt ist. Sie hat erreicht, was uns Sterblichen noch bevorsteht. Da nun Maria auch als Urbild der christlichen Kirche gilt, also alles zusammen muss sie machen, besteht letztlich kein Unterschied zwischen der Deutung des Sonnenweibels seitens katholischer und protestantischer Theologen. Denn für beide ist die Himmelskönigin letztlich die Gemeinde Jesu. Nun wird es ganz bunt. Alles wird da reingepackt, nur um die eigene Theologie zu stützen. Ihr gehört der Sieg, also der Gemeinde und darum auch die Krone. Man muss also die Gemeinde schön sagen, hier guckt, das seid ihr und ihr werdet am Ende doch siegen und dann bleiben sie bei der Stange. Auch wenn sie noch durch viel Leid hindurchgehen muss, vor allem, weil ein geheimnisvoller Zusammenhang zwischen ihrer leidvollen Geschichte und der Wiederkunft ihres Herrn besteht. Hans Brun, Neustadt Testament, 686. Diese für die gesamte Theologie gültige Deutung stellt sich mir dar als eine umfassende Abwehrreaktion auf das Erscheinen des großen Weiblichen, wie es sich seit Alters her offenbart und während der letzten Jahrhunderte in verstärktem Maße in zahllosen Marien- und Sophienerscheinungen aufgetreten ist. Sie alle weisen auf die Tatsache hin, dass sich das göttliche Weibliche in das Bewusstsein der Menschheit hineindrängt. Da dieses jedoch durch und durch patriarchalisch geprägt ist, muss es den Weg über die Kinder beziehungsweise kindliche Gemüter nehmen, über jene, deren Bewusstsein noch nicht der patriarchalen Ausschließlichkeitsforderung anheimgefallen ist, mit der männliche Denkmodelle als allgemeingültig absolut gesetzt werden. Es erscheint mir geradezu absurd, wenn die Theologie dieses geheimnisvolle Aufleuchten des Weiblichen in der Apokalypse in ein Bild jener Institution Kirche umdeutet, die fast 2000 Jahre lang mit zerstörerischem Patriarchalismus im christlichen Abendland gewütet hat und deren Männlichkeitswahn Millionen von Frauen oder unzählige von Frauen, ich habe sie nicht gezählt, durch mehrere Jahrhunderte hindurch mit dem Leben bezahlen mussten und die bis heute nicht aufgehört hat, Weiblichkeit zu verketzern, die auch nicht im Entferntesten daran denkt, trotz anderslautender verbaler Beteuerung, ihre Macht in angemessener Weise mit der Frau zu teilen oder gar das göttliche Weibliche anzuerkennen und in gebührendere Form zu berücksichtigen. Also die Psyche wird genötigt, solche Bilder zu produzieren, so wie man mit dem Weiblichen umgeht. Auf diesem Hintergrund erscheint es müßig, von der Theologie eine Antwort auf die Frage nach der Bedeutung dieses kosmischen Phänomens zu erwarten, mit dem meines Erachtens das Gottesbild der männlichen Dreieinigkeit bereits vor 2000 Jahren in Fragen gestellt wurde. Da sich nun weder psychologische noch theologische Interpretationen des in der Offenbarung beschriebenen Phänomens für mich als befriedigend erweisen, möchte ich eine eigene Deutung dieser apokalyptischen Symbolik versuchen, die den Rahmen der jeweiligen Fachdisziplin überschreiten soll. Also ich habe nicht die letztendliche Weisheit gefunden, gar nicht, aber ich habe ihn einfach nur daran gemacht und gesagt, was macht hier Sinn? Die Beschreibung des großen Weiblichen, als mit der Sonne gekleidet, auf dem Mond stehend und mit Sternen gekrönt, ist ein ungemein starkes Symbol für jene weibliche Ganzheit, die das Männliche immer auch mit einschließt und wie sie uns inzwischen aus vorpatriarchalen Jahrtausenden bekannt ist. Das Weibliche hatte nie Probleme zu sagen, ja, das göttliche Männliche gehört dazu. Das war nicht das Problem. Das Problem hatte aber die Männerwelt, die Männerkirche, die hat das Weibliche völlig ausgeschlossen. Und deswegen ist es irgendwie unsinnig, wenn du mir sagst, ja, da war eine Frau, da war, verstehe ich, das ist kicken. Es geht um andere Dimensionen hier. Mond und Sterne, jene mächtlichen Himmelskörper, sind uralte Ausdrucksformen der geistigen Seite des großen Weiblichen. Das wurden ja als geistige Mächte verstanden, nicht als Metallkörper oder was weiß ich, die da hin und her fliegen, ja, oder Materie ist tot, so ein Denken gab es überhaupt nicht. Sie bilden hier die Basis und den krönenden Abschluss und sind somit Ausdruck der uralten Materials Weisheit, dass oben und unten letztlich eine Einheit bilden. Wie oben, so unten. Der Hermes Trimegiskus wird als männliche Weisheit dargestellt, ist uralte weibliche Lehre. Eine Einheit bilden, genau wie Licht und Dunkel. Weil Licht und Dunkel sind ja nur Gegensätze in dem Sinne, dass sie sie nicht gleichzeitig sein können. Und trotzdem zeigt die Nacht, dass auch Licht in der Nacht sein kann. Ja, nur am Tag kann aber auch der Mond sein. Und darum ist dieses einseitige Sonnenbewusstsein zerstörerlich. Weil die Sonne nun mal vom Wesen her das Dunkel zerstört. Und die Macht verjagt. Ja. Der Beweis dieser unverbrüchlichen Zusammengehörigkeit wird in jeder Nacht erbracht. Ohne, dass das Patriarchatsbewusstsein in der Lage gewesen wäre, ihn in seinen Mythos zu integrieren. Dieser hat sich vielmehr dem einseitigen Sonnenbewusstsein verschrieben und die Dunkelheit verdrängt und als böse verkästert. Keinem Patriarchaldenken würde sagen, die Nacht ist böse. Im Gegenteil, die Nacht ist das heiligste, heiliger als der Tag. Weil in der Nacht wird der Sternenhimmel sichtbar, der am Tag verschwindet. Und da steht so viel Weisheit, so viel Strahlkraft, so viel Erkenntnis drin, was da alles zu beobachten ist, dass das vorwiegend wird. Im Englischen sagt man noch heute Fortnite. Es wurde nicht nach Tagen gerechnet, es wurde nach Nächten gerechnet. Im Judentum, heute noch, der Schabbat beginnt am Freitagabend. Weil die Nächte zählen. Das ist der Beginn. Und das ist die uralte kosmische Welt des Matriarchats. Dieser Vorgang lässt sich heute mythologisch und religionswissenschaftlich eindeutig nachweisen. In allen Teilen der Welt, in denen das Patriarchat seinen Siegeszug antritt, wird der Sonnenkult eingeführt und der matriarchale Mondkult mehr oder weniger verfolgt und verdrennt. Die Frauen sind verbrannt worden, weil sie sich bei ihrer Aussaat und Ernte und Einmache nach dem Mond gerichtet haben. Und bis heute noch, wenn Frauen ihre Klanzen nach dem Mond setzen, gelten sie als heilig. Und die Kirche findet das absolut unmöglich. Was nun in der Natur nicht möglich ist und wohl die Hauptaufgabe des Menschen überhaupt darstellt, wird in diesem kosmischen Symbol beschrieben. Die Vereinigung der schärfsten Gegensätze von Tag und Nacht. Nach allem, was wir durch Erich Neumann, Erich Fromm und so weiter über die Matriarchatspsychologie und Soziologie wissen, ist solche Vervollkommnung zur Ganzheit in der Tat nur auf der Basis eines matriarchalen Mondbewusstseins möglich. Lest den Erich Neumann Dünnes Taschenbuch, es sind auch nur die Hälfte davon, zur Psychologie des Weibnischen. Und da beschreibt er in fantastischer Weise das matriarchale Mondbewusstsein, was ja sonst als Unbewusstes geht. Und dann schreibt er wortwörtlich, eine patriarchale Ehe kann eine Frau niemals zu sich selbst führen. Das geht nicht. Entweder muss die Ehe sich verändern oder die Frau muss aus der Ehe rausgehen. Aber in einer, ich sage eine patriarchale Ehe, wo die alten Normen gelten, da wird die Entwicklung der Frau blockiert und sie kommt nie an ihr selbst und damit nie an ihre Weisheit und die weibliche Weisheit wird nie der Welt zur Verfügung stehen und was ändern können. Und da können wir noch so viel Pixiesachen machen und Benzinspannen, das ist alles külfig. In dem, was passieren müsste, dass nämlich weltweit Frauen zu sich selbst finden, aufwachen und kapieren, was hier läuft. Dann lässt sich was verändern. Aber nicht so, wenn wir alle ein bisschen mehr, was weiß ich, Trinkwasser sparen oder Benzinspannen oder so. Damit werden wir geschäftig gehalten. Ja, kick the missing, damit sie nicht zu sich selbst ziehen. Wenn eine Frau was kapiert hat, dann handelt sie auch entsprechend. Das ist wieder das typisch Patriarchale. Die Männer haben viel kapiert, aber sie handeln nicht danach. Sie können doch viel mehr tun, aber sie tun es doch nicht. Die Zerstörung läuft doch weiter. Aber ich weiß von Frauen, wenn die was kapiert haben, dann gehen sie aus der Ehe. Dann machen sie was, dann ändern sie ihr Leben. Und deswegen gibt es bei Frauen nicht nur kapieren. Denn hier bilden alle Gegensätze eine polare Einheit. Und darum erkennt ihr das. Sie schließen einander nicht aus, sondern sie drängen auf letzte Vereinigung oder abwechselnde Verwirklichung. Aber nicht Zerstörung des einen Teils durch den anderen. Und genau das ist ja das Destruktive, darum wird ja alles kaputt gemacht. Also sie bilden eine polare Einheit. Weiblich und männlich, hell und dunkel, gehören zusammen. Seit Urzeiten gehört es zu dem Erfahrungsbereich des Weiblichen, dass sein Mutterschoß Töchter und Söhne beherbergt. Weibliches und Männliches umfasst und aus sich entlässt. Also wie sollte eine Frau deswegen so ein Weltbild machen oder überhaupt Männer ausrotten wollen oder sowas? Die hat sie geboren, aber sie werden ihr weggenommen vom patriarchalen System und das richtet sie gegen sie und das ist das wahnsinnig Destruktive daran. Also, dass sie Weibliches und Männliches umfasst und aus sich entlässt, sozusagen deren Ursprung ist, während im patriarchalen Denken beide Pole auseinandergerissen und in Gegensätze verwandelt werden, die einander ausschließen, oder eben gegenseitig zerstören, wie das Männliche das Weibliche immer wieder zu zerstören sucht, auch in der Gegenwart. Denn der weibliche Pole wurde verkezzert, verdrängt und teilweise ausgerottet. Ein Vorgang, der sich in der äußerlichen Wirklichkeit, wie auch in der Seele von Mann und Frau vollzog und dessen zerstörerisches Ausmaß sich ebenfalls im äußeren Bereich, Umwelt, Politik, Wirtschaft, Sozialprobleme, wie auch im Bereich des Seelischen, psychosomatische Erkrankungen, Krebs, Herzkrankheiten und so weiter, mit häufigen Todesursachen abzeichnet. Und wenn die Mutter Erde so zerstört ist, dann ist das letztlich der Frauenhass, der in den Männern steckt. Weil die Mutter Erde gilt nun mal als weiblich. Und sie kann sich nicht wehren. Sie wird sich eines Tages wehren. Okay, mit dem Klimawandel und so weiter, da werden noch schlimme Sachen auf den Zugriffen. Sie wird Mittel und Wege finden, diese Menschheit wegzuspüren, wenn die sich nicht ändert und so weitermacht. Und sie wird so weitermachen. Sämtliche Symbole, die das himmlische weibliche zieren, sind solche des Lichts, der Erleuchtung oder Erkenntnis, mit anderen Worten Gnosis. Und das heißt Sinnbilder unterschiedlicher Bewusstseinsebenen, die hier in ihrer Vereinigung zur Darstellung kommen. Das patriarchale Sonnenbewusstsein ist im tiefsten Sinne des Wortes aufgehoben, also im doppelten Sinn, aufgehoben, bewahrt einerseits, aber auch aufgehoben, im Moment nicht gültig, zwischen Mond und Sternen, den Symbolen für matriarchales Bewusstsein. Psychologisch ausgedrückt, handelt es sich hierbei um ein Bild für die höchste Stufe des matriarchalen Bewusstseins, wie es Erich Neumann beschrieben hat, beziehungsweise des integralen Bewusstseins, das heißt, in inhaltlicher Übereinstimmung mit Neumann, weil das materiale oder weibliche Bewusstsein ist immer ein integratives Bewusstsein. Die Frauen wollen nicht aussonern, das machen sie nur, wenn sie im Kampf dazu gezwungen werden. Die wollen das, die werben um das Männliche, die wollen das Männliche integrieren, aber das Männliche will sich nicht integrieren, sondern es will das weiblich auffressen und ausbeuten. Und das ist der Unterschied, sie wollen nicht integrieren, sonst wäre längst alles paritätisch, wenn sie wirklich integrieren wollten. Ja, übrigens, dieses integrale Bewusstsein wurde auch von dem Jean Gebser beschrieben, Ursprungsgeschichte des Bewusstseins und der mehrere, hat auch dünnere Teilhabe und Erkenntnis, glaube ich, hat mehrere Bücher geschrieben, auch wirklich sehr ergiebig. Erich Neumann schreibt über die Erkenntnisgeschichte auf der Ebene des matriarchalen Bewusstseins, ich zitiere, weil der Prozess des Erkennens eine Schwangerschaft sein Produkt eine Geburt ist, das heißt ein Prozess, in dem die Ganzheit der Persönlichkeit beteiligt ist, steht seine Erkenntnis für das Mondbewusstsein jenseits von Aussage, Rechenschaft und Beweis. Es ist ein innerer Besitz, der von der individuellen Persönlichkeit realisiert worden und mit ihr verwachsen ist. Es ist von einer Evidenz, die sich leicht und gerne der Diskussion entzieht. Und es ist genau das, wir werden es nie bis zum Ende diskutieren können, denn in dem Moment, wo wir es in Sprache und Worte fassen, ist es schon nicht mehr das. Aber was eigentlich erlebt wird und was dann vielleicht eine entsprechende Sprache hervorbringen kann, mit der das vermittelt werden kann, die haben wir gar nicht wirklich. Ich gebe mir Mühe, die zu finden, aber also der Diskussion erzieht, weil der innere Erfahrungsprozess, dem diese Erkenntnis innewohnt, nicht adäquat aussprechbar ist. Alles noch ehrlich neuland. Und kaum an einen Menschen übermittelt werden kann, der nicht den gleichen Erfahrungsprozess durchgemacht hat. Und darum ging es bei uns auch in der Gruppe, dass, ich weiß nicht, wie viele Frauen den gleichen Erfahrungsprozess durchgemacht haben, weil die sich 22 Jahre, zwar mal im Jahr, bei einem langen Wochenende intensiv mit diesen Themen beschäftigt hat. Auch mit Gruppenarbeiten, mit Sketchen, wo das verarbeitet wurde und so weiter. Und das ist es, das brauchen wir, einen gemeinsamen Erfahrungsprozess, aber dafür müssen wir ein bisschen auf derselben Ebene ticken und wir müssen dasselbe umfassende Wissen haben, das man sich erholen kann, das gibt es ja, um dann wirklich diese Einheit zu finden. Und das ist ein mühsamer, anstrengender Prozess. Und ich weiß nicht, ob der so schnell abläuft, dass wir die Welt noch retten können. Weiß ich nicht. Ich will auch gar nicht die Hoffnung machen, aber es ist für mich der Weg, den wir gehen müssen. Einem platten männlichen Bewusstsein erscheint, ich bin weiter bei Rich Neumann, wohlgemerkt, das sind nicht meine Worte. Einem platten männlichen Bewusstsein erscheint die Erkenntnis des matriarchalen Bewusstseins deswegen als unkontrollierbar, willkürlich und besonders als mystisch. Mystisch ist hier aber ein Schimpfwort. Das ist nicht ein Begriff für die alte Mystik, der ja auch die Männer zugehörten. Das ist mystisch, mystisch und weiblich ist schon bald wieder abgewertet. Jetzt Ende des Zitats, aber es geht weiter. Dieses Bewusstsein bewahrt, wie Neumann weiterschreibt, die Verbindung zu den Bezirken des Unbewussten, denen seine Erkenntnisse entstanden. Und diese Verbindung ist bei den meisten Männern irgendwo gewissen. Und sie agieren auf einer reaktiven Ebene, auch das von ihnen verdrängte, zum Beispiel ihr verdrängt der Gebärneid. Sie machen eine Massenproduktion. Sie stellen her, sie stellen her, warum, weil sie kein Kind herstellen können. Und gleichzeitig wird der Frau in der Penisneid nachgesagt. Das könnte bei Erich Fromm sehr schön deutlich nachlesen. Die Übereinstimmung der Worte Neumanns mit jenen Symbolen des himmlischen Weiblichen ist unverkennbar. Macht aber auch deutlich, weshalb Theologen überfordert sind, wenn sie diese deuten sollen. Gehört doch ihr Bewusstsein an einer anderen Ebene an. Die haben es zum Teil gar nicht mit der Psychologie. Die kennen nur Psychologie als Psychologisieren. Aber Psychologisieren ist im Grunde gar keine Psychologie. Sondern es sind völlig falsche Anwendung von irgendwie aufgeschnappten psychologischen Inhalten. Aber die psychologische Durchdringung geht letztlich tiefer als die theologische Durchdringung. Weil die theologische Durchdringung immer nur gekoppelt ist an das, was in der Bibel steht und was andere Theologen gelehrt haben. Das ist ein Lehrsystem. Und das Dogmatik. Es gibt ja eine evangelische Dogmatik, obwohl es keine evangelischen Dogmen gibt. Und das wird gelehrt. Hier muss es ganz zwangsläufig zu Unstimmigkeiten kommen. Gehen wir die Erläuterung Neumanns von hinten durch, so treffen sich Wort und Bild in folgenden Punkten. Einmal, die bleibende Beziehung zwischen den Bewussten und Unbewussten kommt in den Symbolen von Mond und Sternen zum Ausdruck. Sie brauchen das Dunkel der Nacht. Symbol für das Unbewusste, um leuchten zu können. Kommt das Sonnenbewusstsein, ist es weg. Und das ist auch bei den Frauen. Sind sie im patriarchalen Umfeld, dann können sie das andere nicht umsetzen. Sie können es nicht mal erkennen mehr, weil sie ungepolt sind in einer patriarchalen Welt. Sie ticken ganz anders. Nächster Punkt, die Unmöglichkeit, Erfahrungen auf der materialen Bewusstseinsebene in eine angemessene Sprache zu übertragen, zeigt sich möglicherweise in dem Fehlen jeglicher Worte seitens der kosmischen Frau und der von ihr erlebten Bedrängnis im Bild des roten Drachens. Sie spricht kein Wort. Sie hat keine Weisheit zu verkünden. Sie agiert einfach nur. Es gibt keine Sprache für die Ebene. Punkt 3. Die ganze Zeit der Persönlichkeit, die die Schwangerschaft und Geburt im Rahmen des Mondbewusstseins erlebt, wurde bereits weiter oben erwähnt. Nun vollzieht sich aber die Geburt des neuen Männlichen keinesfalls schmerzfrei. Macht euch nichts vor, dass ich das einfach so gebären muss. So wie es die Kirche von der dogmatisierten Maria behauptet. Von der Kirchenmänner wissen, dass sich ihre Geburt bei geschlossenem Leib ohne Schmerzen und Verletzung des Hümen vollzog. Offizielle Kirchenlehre. Das von dem Apokalyptiker beschriebene Weibliche ist also nicht identisch mit der von der Kirche verstümmelten Mariengestalt. Wie schmerzhaft aber die Geburt des neuen Männlichen in Wirklichkeit ist, zeigt sich in der Tat darin, dass die Wehen sich bereits über 2000 Jahre hinziehen, sodass diese Neugeburt zum Abschluss gebracht werden kann und muss. Auch der Text weiß, um die Gefahr, die mit dieser Neugeburt verbunden ist. Es heißt, ich zitiere, und der Drache trat vor das Weib, die gebären sollte, auf das, wenn sie geboren hätte, er ihr Kind fräße. Also, ihr könnt gewiss sein, wenn ihr das neue Männliche in diese Welt hineingebärt oder auch geistig, dann wird sofort wieder aufgefressen vom Patriarchat. Sag ich nicht, sagt der Text. dieses feindliche Wesen wird in Vers 3 als ein roter Drache mit sieben Häuptern, sieben Kronen und zehn Hörnern beschrieben. Dass es sich bei diesem Ungeheuer keinesfalls um ein Symbol materialer Weisheit handeln kann, wie es damals die Erika Wisselin behauptet hat, liegt auf der Hand. Wenn wir uns die Handlungen und Symbol des Drachens näher anschauen, seine Absicht ist nicht nur die Vernichtung des neugeborenen Männlichen, sondern ebenfalls jener bereits existierenden Ankömmlinge dieses ganzzeitlichen materialen Bewusstseins, das sich jesuanischen Werten verpflichtet weiß. Denn der Drache geht auch gegen die christliche Gemeinde an. Die christliche Gemeinde sage ich jetzt mal im Positiven. Die rote Farbe des Drachen weist bereits auf dessen Willen zur Vernichtung. Neben der lebensbejahenden und erhaltenen Symbole dieser Farbe kommt ihr nämlich noch eine weitere Bedeutung zu. Wir können natürlich Rot auch als Menstrualblut deuten. Klar, es ist ja immer, wenn es ein echtes Symbol ist, dann ist es letztlich Leben bringend, denn ohne Menstruation kein Leben. Also, diese rote Farbe hier ist eine männliche Symbolik, und es geht um das Blutvergießen im Patriarchat. Einmal bei den Pubertätsrieten, wo die Knaben schrecklich zugerichtet werden, um in den Männerclan reinzupassen, der sie nämlich gegen die Frauen aufhetzt. Aber auch beim Schlachten von Opfern, darin ist die männliche Rot-Symbolik begründet. Und das schreibt Ingrid Riegel, die hat vor Jahrzehnten ein Buch Farben geschrieben, das eigentlich in Kunstlerkreisen sehr anerkannt ist von ihrer symbolischen Deutung her. Und darin verweist sie darauf, dass Generäle und Kaiser des kriegerischen Roms ebenfalls Rot trugen, als Symbol ihrer aggressiven Absichten. Auch verblendete Leidenschaft und Gier werden durch die Farbe Rot symbolisiert. Ich mache jetzt hier mal Schluss. Ich mache Vielen Dank.